Die Weltpremiere Die Weltpremiere Das Wunderwerk der Technik findet hier nicht im Bodykit oder an neu geseiten Felgen statt, sondern ist ganz klar im Fahrzeug verbaut. Das Medical Health Interface hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zeit, die wir am Fahrzeug verbringen, unsere Zellen zu regenerieren. Weg vom Sekundenschlaf, weg von Schlafstörungen. Wie das funktioniert? Durch Magnetfeldtherapie. In der Mittelkonsole haben wir die Madbox verbaut. Die gibt pro Millisekunde 10 Millionen elektromagnetische Codes an den Fahrer und an den Beifahrer. Die Weltpremiere 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 Die Weltpremiere